Der fliegt selbst rum, sehr schön. Hallo. Konzentrieren. Oben unten passt, rechts links ist verdreht. So. Easy. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hätte er doch schon ganz weit machen können, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Nachspiel Untertitelung des ZDF, 2020 By the stars Mars Marr... Soon, soon, I promise Marr... Marr... So cool, dass man seit so vielen Jahren endlich mal was von dieser Explosion hier seht. Wer haben wir denn hier? Bist du Rell? Nein... Das Gemälde sieht aber so aus, als kann es von Rell sein. Huch, das bin doch ich. Oder etwa nicht. Okay, dann bringen wir Sephalon zum Schweigen. Zephalon, kill the lights and switch off. Before we jump commencing, it's now it's time to... Shhh... Oh yeah... Oh yeah... So, wir stecken hier zusammen drin. Eine düstere Aussage. Ich meine... Ich meine das, was beim Sprung schief gelaufen ist. Das sieht doch wohl mal ganz klar jeder von denen. Das muss man ganz klar mal nicht sagen. Wir müssen still bleiben. Wie wir vorgehen sollten, dass die uns nicht finden. Und wir stecken hier zusammen drin. Wäre eher so ein... Eigentlich... Wir müssen still bleiben. Ist die beste Variante, glaube ich. Auch wenn es jetzt... Haltet die Fresse so irgendwie... In so einer Situation auch. Boah, blöd ist. Wenn die Eltern durchdrehen. Hey, try to keep quiet. And don't let him fall asleep. Okay? Okay. Hey, why don't you go sit closer to the others. Until we get environmental back. My mom's coming to get me soon. Don't let others escape. Die immer jemand wird kommen und uns fressen. So verstehe ich das wenn das die dunkle Aussage ist. Ka- bin wir für eine Wahl denn wo die Familie sein und glaube ich das... Nein. Sie ist nicht. Wir werden für eine Zeit deine Familie sein. Okay? Nein! Meine Mutter kommt! Das ist doch unser Void-Doppelgänger. Rap, tap, tap. Hey! Lass deine Lichter? Hier, du kannst du meine. Danke, Junge. Ich glaube, ich werde. Wie will die Jagt. Ja, dann gehen wir zum Wolf. Das dürfte der hier sein, oder? Oh je, Mini. Das wird was. Wenn er ein ganzes Pack angreift. Das ist ja der Rhino aufgesetzt. Also Rhino aufgesetzt mit einem Wolfschädel. Mal sehen, was der so drauf hat. Wir müssen den Alpha wahrscheinlich töten, so wie der Hanna uns das erklärt hat. Und das Pack kann uns wahrscheinlich eigentlich ziemlich egal sein. Wir müssen erkennen, wer der Alpha von denen dann ist. Ja. 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 davon aus dass wir die lotus retten und deswegen zur lotus wird überhaupt immerhin gab es da so ja die abfrage über die zeit die ich voll gemeistert habe ich bin in zeitreisen geschichten besser als in dem mini spiel hier oh oh gott wer ist der alpha, woran erkenne ich den alpha der leuchtet rot hat schwerte oder sowas, au 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 ich brenne oh das war doof erst mal durchatmen, oh scheiße, so viel zung durchatmen, ich stehe da ganz schön böse oh noch woran erkennt man den alpha, wie kann das sein, ich glaube so ein leichtes rötiges glitzeln click time event why did you conspire against me father there is peace and dominion now the first in centuries our people will finally flourish as we were meant to atop the pyramid of living things all of us as one are you trying to convince me or yourself son why did you conspire against me father there is peace and dominion now the first in centuries our people will finally flourish as we were meant to atop the pyramid of living things all of us as one are you trying to convince me or yourself son ein health kugelchen wäre schön, gibt es das hier in der ecke, nö, ach da ist ja eins so lang so langsam habe ich es drauf, glaube nicht auch so langsam boah ist das mühsam mit warframe ohne bullet jumps sich zu bewegen so langwe съhdem Gibt es einen mit einem roten Schimmer, der da oder? Das ist mir so ein ganz leichtes ephirma effekt mäßig, sieht man kaum, aber ist das da, meine ich jedenfalls, vielleicht ist es auch nur. Aber ich glaube, dass ich es erkennen würde, ich habe gerade Glück gehabt. Also den Kampf finde ich deutlich entspannter, ehrlich gesagt, wie kannst du den vom ersten? So, wir haben also der da, seht ihr da die so Streifen? Wer ist es? Die anderen haben mehr so ein schwarzes ephirma, der ein rötliches. Was ist im roten? Mal so schwarzen Rauch. Daneben. Ja, voll ja. Ja, voll ja. Daneben. 3 Fairy stories ain't ever just about how monsters are real There are lessons in how monsters can be killed. Here's to you, Drifter Drifter Archon Killer, and closing the book on this particular fever dream. I order this. I'm a little unsure about this. Last time she snapped at you. What'll it be this time? Unless she sprouts fangs, I'm sure it's fine. Besides, there's still another Archon after this. I know, you only get to the Halloween event. Hello, Lotus. I have an energy stone for you. No biting this time, okay? Why are we wasting time for you? Why are we going to get our space for you? Why are we wasting time for you? No. It doesn't deal with this. You're not at all. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Tenno, Zeremin, all das. Tenno? Lies! Time's up, kiddo. I can save them. All of them. But you have to want it. Let's say we shake on it. She's full-on sentient. She doesn't know who you are. No shit. What do we do? Run! Can I do it with some? Okay, I should run. Space Mom is wütend on me. Where do I just go? Now. I can't do it with me. Until 50. It's going. Operator, run! Okay. There's no way. weiter Hey! Mortis! No! Don't sweat, bitch! Oh! ich wille mal lustig Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020